Lieber William, ich erwarte nicht, dass du mir ein Gedicht schreibst, aber es wäre schön, wenn du es tätest. Und wenn du mir eine Rose schenken würdest, wäre das auch okay, aber ich bestehe nicht unbedingt darauf, dass du mir Blumen kaufst. Ich erwarte nicht, dass du meine Schultasche trägst, aber wenn dir danach ist, ganz spontan würde ich dich nicht davon abhalten. Und ich würde dich auch nicht davon abhalten, romantisch zu sein, wenn es das wäre, was du möchtest. Vielen Dank.